Jo, das ist der Raphael von Plastic Funk und ich freue mich auf euch zur Energy Master Mix Party am 7.2. im Tor Club in München. Alle weiteren Infos über Facebook und ich denke, es wird eine geile Party. Ich freue mich auf euch, Raphael, Plastic Funk. Peace! At the Churn Tables, Plastic Funk. Die Energy Master Mix Party am 7.2. im Tor Club. Alle Infos klickt energy.de.